Ihr Anspruch auf den Besuch eines Rhetorik-Seminars. Mein Name ist Dr. Matthias Versl. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrechte und Referent bei der WAF. Kommunikation, das ist doch das A und O für eine erfolgreiche Betriebsratsarbeit, oder? Und gerade für Betriebsratsmitglieder, die aufgrund ihrer Tätigkeit verschiedene Redesituationen zu bewältigen haben, da gilt doch, sie sollten die eigenen Ideen und Standpunkte überzeugend vorbringen und vor allem auch durchsetzen können. Besteht also ein Anspruch des Betriebsrats und aller Mitglieder auf Teilnahme an einem Rhetorik-Seminar? Das sagen Gesetz und Rechtsprechung dazu. Schulungen zu Gesprächs-, Diskussions- und Verhandlungsführung, aber auch zu Sprech- und Argumentationstechniken, die können für die Tätigkeit des Betriebsrats durchaus erforderlich sein. Aber bzw. nur so, wie andere Spezialseminare auch. Vor allem angesprochen sind hierbei aufgrund ihrer besonderen Aufgabenstellung die Betriebsratsvorsitzenden und deren Stellvertreter bzw. freigestellte Betriebsratsmitglieder sowie Ausschussvorsitzende bzw. Verhandlungsführer in schwierigen Gesprächen mit dem Arbeitgeber. Bedenken Sie bei all dem eins. Ein Betriebsrat, der seine Rechte zwar kennt, aber nicht in der Lage ist, diese in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber oder aber gegenüber der Belegschaft zu artikulieren, ein solcher Betriebsrat wird seine Aufgaben nicht erfolgreich bewältigen können. Rhetorikkenntnisse sind also vor allem für die Betriebsversammlung von besonderer Bedeutung. Folglich muss vor allem der Betriebsratsvorsitzende in der Lage sein, vor der gesamten Belegschaft seine Rede fachlich einwandfrei zu halten und dabei auch beispielsweise Kritik des Personalleiters kompetent kontern zu können. Und noch eins. Es geht um Augenhöhe mit dem jeweiligen Gegenüber. Für die Rechtsprechung ist also auch ein wichtiger Gesichtspunkt, ob Sie als rhetorischer Rookie einen notorisch guten Redner als Arbeitgeber haben. Wie so oft kommt es aber vor allem auf eins an. Entscheidend ist nämlich die, präziser, Ihre Begründung, warum Sie auf ein Rhetorikseminar wollen. Allgemein gehaltene Floskeln, sich im Bereich der Rhetorik irgendwie weiterentwickeln zu wollen, die werden kaum jemanden überzeugen, weder Ihren Arbeitgeber noch die Rechtsprechung. Vielmehr benötigen Sie konkrete Beispiele aus dem Betriebsalltag, warum gerade Sie gute rhetorische Fähigkeiten benötigen. Sei es, weil Sie beispielsweise Verhandlungsführer in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber sind oder weil Sie sich aufgrund Ihrer Position im Betriebsrat häufig Diskussionen im Gremium stellen müssen oder weil Sie Betriebsratssitzungen oder Betriebsversammlungen schlichtweg zu leiten haben. Mein Name ist Dr. Matthias Ferstl und wenn Sie wollen, dass auch Ihre Kollegen die wertvollsten Tipps zum Schulungsanspruch bekommen, dann teilen Sie doch dieses Video. Hat es dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren. Wir freuen uns auf dich! Sei beim nächsten Mal wieder dabei!